Hey Freunde, hier ist wieder Holly, das letzte Einhorn Und es geht weiter mit Nacht der Schrecken Ja, im letzten Part ging es ja weiter, endlich Und jetzt geht es wieder weiter, oh mein Gott, noch keine Bugs Oh Gott, das hätte ich lieber nicht sagen sollen Oh nein, es ist jetzt schon wie die Bugs kommen Ich habe auch keinen Bock mich vorzubewegen, weil ich weiß, dass dieser auf mich zugeflogen kommt Zugeflogen kommt Zugeflogen kommt Zugeflogen kommt Okay, hey, passiert nichts Hey, das ist sehr nett von dir, warum leckt alles so? Hör auf zu lecken, das ist nicht witzig Oh mein Gott Warum leckt ich so? Was ist los, was ist los, was ist los Ich habe wieder nichts gesehen Oh Mann Also wenn ihr schon Schockeffekte einbaut, dann sollten die auch irgendwie vor meiner Nase passieren Und nicht hinterm Rücken, weil Ich kann ja nicht ganz so gehen Schockmomente, Schockmomente, Schockmomente Ich glaube, da würde uns beiden schlecht werden Uns allen So, was ist das hier? Eine hohle Nadel, warum leckt das so? Oh mein Gott Wahrscheinlich, weil ich nebenbei ränder Soll ich lieber nicht tun Naja Hört bestimmt gleich auf Juhu Und die zerspringt gleich Nein, die zerspringt nicht Hohle Nadel Oh, es passt Und was ist hier? Ähm, hier wahrscheinlich diesen Schlüssel Nein, aber diesen hier Aber diesen hier Brauche ich die Schlüssel überhaupt noch? Mann Warum schleppe ich die mit mir? Mann, Schlüssel sind schwer Wer hat die Tür zugemacht? Oh mein Gott Geister Treiben ja Unwesen hier Und Leichen, die aufeinander Ich gitt Fui Baa Ist alles Oh verdammt Ich seh nichts Oh man Irgendwo ist etwas passiert Oder sollen wir uns das vorstellen? Stellt's euch einfach vor Boah, das war voll gruselig, oder? Oh nein Oh nein Schränke Ach, der Helm ist abgeflogen Hab ich nicht gesehen, sorry Ich muss ja hier voll rätseln Was hier passiert Mann Weil in diesem Raum kann man Kann man jetzt denken Oh, die Leichen fliegen jetzt rum Diese Kisten fliegen jetzt rum Der Helm fliegt vielleicht irgendwie rum Ist er auch? Der Schrank geht jetzt auf Diese Kisten fliegen irgendwie rum Das Bild fällt von der Wand Ich rechne mit allem Und dann Kann ich mich nicht auf eins konzentrieren Was ist jetzt? Jetzt haben dich die Ritter Kein nackt Moment Ja, meine Brillen sind sauber, glaube ich, oder? Habt ihr doch auch gerade gesehen Oder fantasiere ich schon? Vor lauter Amnesia Sehe ich jetzt überall nackte Menschen Oh mein Gott So, sorry Okay, ist wie neu Ist wie neu Ist wie Steht ihn, steht ihn so So, mit erhobenem Haupt Und mit ausgestreckter Brust Sieht sehr stolz aus So, jetzt haben wir mal nicht ins Schränkchen reingeguckt Was ist das, den? Du siehst irgendwie missgebildet Du hast Füße Oh, du kannst nicht umfallen Egal wie du umfällst Du gehst immer weiter Hey, du landst immer auf den Füßen Ist doch cool, oder? Lass uns gemeinsam Spaß haben Nicht So, tschüss Okay, hier sind überall Kisten Und da ist bestimmt irgendetwas versteckt Oh, bestimmt nicht Nein, okay, gut Oh mein Gott Das ist ja Das ist irgendwie witzig Das ist irgendwie witzig Naja, gut So, hier stehen Beinchen Da Knochen Und jetzt, ähm Würdet ihr euch bitte anstellen Und Nummern ziehen? So, damit ich weiß Wer wann dran ist Mit Schockmomenten Oh, da ist wieder ein aufgeregtes Knochenlein Komm her Was ist los? Hast du Angst? Geh mal vor Ist das nur Oh, ich hab kein Öl mehr Oh oh So Oh Gott Okay, okay Du hast es drauf Du hast es drauf Okay, Knochenlein Ganz ruhig, ganz ruhig Oh mein Gott Ich hab so ein Gefühl Dass hier gleich ein Wassermannster kommt, oder? Oder wie ich euch kenne Drei Stück Auf einmal Oh nein Jetzt brauch ich einen Schlüssel Oder sowas Was ist das denn? Der ist ja voll aufgeregt Ganz ruhig, ganz ruhig Ach, du willst da mitmachen Okay Was machst du da? Oh mein Gott Perverse Knochen Ich brauch Wasser oder sowas Ich brauch Wasser oder sowas Einen Schlüssel oder sowas So, ist nichts Ähm Ah ja Ich hab diese Schlüssel Aber den hatte ich ja schon vorher Jetzt sagt mir nicht genau Jetzt passen diese Schlüssel Ist da oben was? Nein Hm Moment Ich muss nachdenken Ich muss nachdenken Wahrscheinlich bei den Leichen Irgendwo Hm Nein 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 Verdammt Wo könnte es sein? Lass dich nicht stören Lass dich nicht stören Oh, Moment mal Ne, die geht echt nicht auf Ich versuch mal die Schlüssel Nein 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 Ja, äh, ist okay Ist okay, ist okay Ah, verdammt Ich muss die Schlüssel finden Na, das hat ja Spaß Bestimmt hier irgendwo Hier hab ich irgendwie nichts gefunden Und werde auch nichts finden Da in den Eingeweiden ist auch nichts Ich bin grad überlegen Hab mir überlegen Ich weiß nicht Oh, hör auf zu Ruckelspiel Moment, kann ich hier wieder raus? Ich kann hier wieder raus Hat sich diese Tür auf? Moment, das fehlt ja eigentlich in den gleichen Raum Oder nicht? Ne Oh, leck das Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig Ganz ruhig Ist die Festplatte vielleicht gleich voll? Oh, ich hoffe nicht Ich hoffe Oh, hör auf damit Hör auf damit Ich glaube, ich mach einen kleinen Schnitt Weil das laggt viel zu sehr Und, oh mein Gott Ich kann mich ja gar nicht mehr bewegen Hier, okay 8 Ich hab nur noch 8 FPS Okay, das ist nicht gut Ich mach einen kleinen Schnitt Bis gleich Ja, und da bin ich auch wieder zurück Mit Nach der Schrecken Und, ähm Es sollte jetzt nicht mehr laggen Und außerdem Hab ich jetzt offscreen Nach dem Schlüssel gesucht Weil Es eine Ewigkeit gedauert hätte Und ich wüsste gar nicht Was ich da labern soll Und das wär ziemlich langweilig Ich hab hier alles abgesucht Bis ich eben Ähm Schon kurz vorm Aufhören war Und einfach keinen Bock hatte Bin ich mal hier so Auf und ab gesprungen Und da hab ich den Schlüssel gesehen Hier ist er So, ich hab den Schlüssel Ich hoffe, der passt jetzt auch La, la, la Ja, ich hab hier alles Auf den Kopf gestellt Ich hab überall den Schlüssel gesucht Sogar hier in den Rüstungen Und was weiß ich So, ich hab mich aus der Map Auch noch geglitscht Und, ähm Bin weitergegangen Richt Also, boah Ich hab ungefähr Jetzt Also, wenn man jetzt Seit der letzten Aufnahme Drei Tage gesucht Okay, so Der Schlüssel müsste jetzt passen Ja, der passt Jawohl Weiter geht es So Wo ist denn Ja Ja, wenn man lange Keinen Schockmoment mehr hatte Dann Dann wirken die wieder Dann wirken die Schocker wieder Passt hier irgendein Schlüssel Ich Ich weiß jetzt nicht Ob ich die Schlüssel noch brauche Oder ich glaub Die sind sinnlos Die sind sinnlos Brauch ich gar nicht Erst Probieren Oh nein Oh nein Ach du Scheiß Was ist das denn Boah, ist das laut Das ist ja nicht nur eins Das sind irgendwie halt viele Oder hat er sich reingeglitscht Das ist jetzt irgendwie Reingeglitscht irgendwo Boah, ist das laut Was ist zu denn Oh, ich dachte schon Okay, wir haben jetzt einen Schlüssel Und Moment Darf ich mal kurz Äh Ah, was ist das denn Ihhh Äh Will ich nicht haben So, okay, okay, okay Oh mein Gott Oh mein Gott Da ist er Da ist unser Freund Jetzt, au Hey, hey, hey Ich berühr das Wasser gar nicht Oh mein Gott Oh mein Gott Da war eine Kiste in seinem Raum, ne Scheiße Wie machen wir das jetzt Boah, ist das laut Moment, ich muss noch ein bisschen Jetzt haut er wieder ab Ich weiß nicht Der frisst die Leichen Das ist meine Chance Meine Chance Meine Chance Oh mein Gott Hier, okay Was ist da drin Nur ein Vernunftstrank Das ist nicht doch ernst Gut, aber das ist jetzt meine Chance Oh 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 Okay, passt Passt, passt, passt Oh mein Gott Oh mein Gott Was ist denn los Ist ja voll aggressiv, ey Alter Was ist denn den los Hat er seine Tage, ey Voll die Zicke Der war aggressiver als sonst Alter Schwede Okay Moment Hier Vernunftstrank Und den Schlüssel hier rein Meine Güte Und hier ist noch mehr Wasser Was platzt da rum Das Monster ist weg, oder Oh nein, oh nein Es ist aggressiv Hier ist kein Wasser Du kommst hier Oh Gott Was war denn hier Was war denn hier Irgendetwas war hier Wieder was Gruseliges Was richtig Gruseliges Richtig Gruselig Okay Meine Güte Meine Güte Meine Güte Bei Dieser Custom Story Ist irgendwie alles nicht normal Nein Nein, 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 nein So, wo sind wir jetzt Jetzt sind wir wieder draußen Und wir haben kein Öl mehr Oh oh Langsam wird es aber knapp Hier mit dem Öl Ich sollte Oh, hier ist ein Zettelchen Sohn Sohn Helft mir Weißt du denn nicht Meinen Namen, Papa? Kevin Oh nein Oh nein Oh nein Oh, ach du Scheiße Du darfst nicht aufgeben Sorry, Dad Aber ich hab dich enttäuscht Sorry Sorry Hättest du auf Mutter hören sollen Und mich abtreiben sollen Und was jetzt? Kommen die da jetzt wieder?